So Freunde in der Sonne, und weiter geht's mit Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wir sind im Ursprung angekommen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr futuristisch aus. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier alles erwartet. So, dann schauen wir mal. Ah, Moment, wer seid ihr denn? Okay, Moment. Als ob ich für die keine Erfahrung mehr kriege, oder was? Die Schiffe ist da, aha. Okay. So, dürft ihr mal hier? So, und nächster. Oh, bitte, einmal alle auf ein konzentrieren hier. So. Die lassen gar nichts fallen. Bild mir gerade so auf. Finde ich jetzt ein bisschen ungeil. So. Äh, Moment, hier ist noch einer. Oh. Der ist mir entgangen. Okay. Was sind diese Dinge? Sie fallen ab dem Moment, wenn wir sie unterziehen. Die Schmuck ist auch weg. Sie sind nicht mechanisch. Aber auch sind sie biologisch. Was ist etwas falsch, Mia? Als sie fallen, ich konnte es fühlen, sehr wenigstens. Ein Witz von Mobius kommen aus ihnen. Diese Dinge? Was bedeutet das? Ich bin nicht sicher. Mia, hast du gesagt, alles könnte Mobius sein? Ja. Hast du versucht zu sagen, dass diese Dinge auch sein könnte Mobius sein können? Aber sie sind nicht sogar menschlich. Ich denke, dass die Form nicht so wichtig ist. Huh? Ich denke, ich bin zu sehen, dass ich die Bildung habe. Ich fühle mich, wie ich weiß, was Mobius ist. Ich denke, es sei. The Endless Now is under threat of being cut short Could you do it, I wonder Could you slay the ones who advance relentlessly toward despair You do, after all, desire eternity above all others Now, take it in your hand For the Endless Now For that which you so desire Oh, oh Nicht gut Okay, so, Moment, ist hier noch, hier ist noch was zum Einsammeln, so Na, dann wollen wir mal weiter Mach auf die Tür Nordsektor-Zugang Ah Okay Hm, naja, also auf die Story zu dem Ort hier etc. pp. da bin ich ja echt mal wieder gespannt Oh Okay So, mach die Laser weg Danke Tür Nummer 2 Na komm Verstärker 1, oberes Tor Aha Oh, da geht's auf jeden Fall gar nicht mal so wenig runter Ne, aber Hallöchen Na komm So So Zack Hm Oh, da ist mir doch was fallen Äh, Moment, welchen greifen sie gerade an? Ach, ihn ja Oh, da ist mir locker Genau Ah Da ist mir aber Ah Das war Ad shelf Oh epis 만들 Die in Alright Oh G You regardez G ți High Ng Web Ja, und die nächsten. Okay. Na, den. So, komm her. Äh, ach ja, da. Äh, los, Drufter. Oh, Lance, macht keinen Lust. So, genau, erst er hier. So. Oh, Lance, steh auf. So, dann fusionieren wir auch mal kurz. So. Äh, was seid ihr für Viechers? Soaflack. Na, komm. Hilft ja nix, ne? Oh, oh, die andere kommt auch klar. Oh, oh, die andere kommt auch klar. So, das war Nummer eins. Und Nummer zwei haben wir auch gleich. Jawoll. Oh. Die Schmeilen nebenbei. Geil. Äh, ach nee, Moment, da komm ich her, okay. Dann hier hoch. Äh, okay. Fliegedinger. Hier runter. Da kommt, da können wir uns fallen lassen. Auf der Höhe. Miss, Messier, Messier, Antrieb, wie auch immer. So. So, komm mal. So. Komm, ey, ey. So. so und weg aber genau so und warten schon die nächsten so bitte alle erstmal auf den hier konzentrieren damit wir einen ausschalten können okay na dann wenn er unbedingt will jetzt nicht mehr oder? hä? na jetzt sind wir mal hier heiabend macht den fertig das waren ein special okay das habe ich nie mitgekriegt warum hat der so viel ausgehalten okay 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 der ist Geschichte ähm jetzt oh hallo ähm warum ist nun her? so hm ne nicht schon wieder so ich sehe dass er nochmal wiederkommt äh so das gelöt ja komm machen wir auch fertig ja gut scheiß timing naja so und noch weiter runter hier springen wir mal lieber nicht direkt runter so äh rechts, links, egal ah Fliegedinger na komm so Hauptsache die Viecher schubst du mich nicht runter das wäre sehr belastend na ansonsten nehme ich die Erfahrungspunkte gerne mit hä? mach keinen Mist hier so das war's gut oh nee halt hier ist noch was so oh Container hallöchen die nehmen wir noch mit wenn die Schmeiner rumsteht so natürlich zur ne mon So, ruf der Noah. Oh, wo ist er? Äh, hä? Okay, äh, der ist irgendwo runtergefallen, wie es aussieht. Oh, warum ist er nicht? So. Ach, ja, na klar. Oh, ein Glitzerding. Dann komm her, ja. Äh, die nächste Attacke dauert noch ein bisschen. Ja, dauert zu lange. Und das hab ich eingesammelt, jup, dann weiter runter. Äh, na kommt. What? Alter, was? Okay. Wieso war ich jetzt so fix down, Alter? Alter, hallo? Äh. Wetter, Vater. Junge, was war denn jetzt los? Was wir so aufs Maul bekommen haben gerade. Ist mir was in Gang? So, der nächste besondere Gegner. Geil. Kommeria. So, um dich kümmern wir uns auch. Oh, komm her, hier. Na komm, komm hier. Ja, gut, den haben wir auch gleich erledigt. Na komm. So, weiter geht's. Sorry für den kurzen Cut. Aber ich musste mal kurz ins Telefon. So, hier geht's weiter. Na denn. Äh, noch mehr zum Einsammeln hier auf der Brücke? Nope. Nächste Tür. Nord-Außenpanzer-Zugang. Interessant. Oh, oh. Wo ist der Vögel? Tja, wer hätte das gedacht? Das ist wie so. Ey, Fugug. Oh, nicht so nah am Rand. Ich hab keinen Bock abzustürzen. So. So, weg. Ja, mit dem Zeug. Na gut, den da werden wir... Oh, Moment. Nee, der wendet uns den Rücken zu. Finde ich gut. Sag, jawohl. Und ab dafür. Jo. Jo. Äh. Jo. Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, was hier so außenrum ist, ne? Bin ich ehrlich. Von daher tingeln wir erstmal kurz hier rum, natürlich. Oh, Alter. Drei Elite-Gegner. Auf Stufe 66. Das kann hart werden. Kann sehr hart werden. Moment, Verstärkerkontrolle rum, was? Ah, ein bisschen Rastpunkt. Oh, auch schon. Äh, so, mal gucken. Kann ich ne Stufe steigen? Oh, ja. Nice. Mir habe ich sogar auf Stufe 70. Finde ich sehr gut. Äh, dann will ich nochmal gucken. Essen. Wie sieht's damit aus? Ja, im Moment keine aktiven Essenseffekte. Na dann. Würde ich sagen, hier, kochen wir mal mit Münzen. So. Damit wir wieder mehr Erfahrungspunkte kriegen. Nice. Und speichern können wir auch. So, ich muss nur dran denken, dass ich den hier möglichst nicht überschreibe. Ja, weil das ist ja der Speicherpunkt, bevor wir, äh, bevor wir zum Ursprung gefahren sind. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Besprechen. Dürft es eigentlich nichts geben, ne? Außer das Zeug hier, so. Gut. Dann geht's weiter. Äh, wo geht's hier raus da? So, häp. Gucken, wo sind die drei Kollegen? Ah, irgendwo anders. Finde ich gut. Oh, hallo. Na komm, kümmern wir uns mal um dich, ne? So. Gut. Ja, da vorne warten schon die nächsten. Oh. Äh. Das war jetzt Überraschung. Verdammt. Gehen wir mit erstmal alle auf ein. Mann. Lass mich auf die Seite. Als ob das von vorne war, ey. So, Aschmutz. Gut, Nummer eins. Mann, jetzt, bleib doch mal. Mann, jetzt, bleib doch mal. So, Drufter. Und erledigt. Nice. Und hier ist noch was zum Einsammeln. Mann, das habe ich ganz übersehen. Das habe ich ganz übersehen. So. Äh. Oh, Moment. Eins. Die nächsten beiden. Plus die da. Okay. Dann kommt mal her. Alter. Könntest du mich jetzt mal hinter dich lassen? Oh, Moment. Das ist noch was zum Einsammeln. Hier rechts, den müssen wir auch noch erledigen, weil da war noch ein Container. So, komm her, ihr Keule. Gut. Lass mich hinter dich. Groß Paar. Hallo. Okay, das hier haben wir. Container öffnen. Hallo. Hup. So, dann mit dem Zeug. Makelloser Edelstein. Uh, nice. Gut, Freunde, Herr Sonne. Dann würde ich sagen, hier im Ursprung geht es in der nächsten Folge weiter. Tschüss. Um, das ist ja, 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 das ist ja. So, dann mit dem Zeug.